Auf ihn mit Gebrüll! Und damit herzlich willkommen zurück zu The Last Story. Du Arschbacke, jetzt krieg ich dich. Na, sag mal. Oh, von hinten kommen auch noch welche. Na toll. Danke. Oh, Mann. Lass sie gehen! Aua. Alter. Alter! Ich glaube, das ist keine gute Idee. So war das, ne? Moment. Für erst hier Schwachpunkt. Das Ausmaß seiner Macht ist unbekannt. Jede Gelegenheit muss beim Schopf gepackt werden. Aber welche Gelegenheit? Nein! Lass mich! Warte! Moment. Was ist mit euch hier? Huf? Okay, die lassen mich nicht. Dann... Ah, absolute Abwehr. Was soll denn der Mist? Ah! Keine Chance. Absolut nicht. Oh, Mann. Oh, oh. Nein! Nein, lass mich! Denkst du dir wohl, dass du mich einfach umlegen kannst? Pah! Jaja, ich versuch's! Hoho! Von hinten! Ja, das glaubst du! Huh! Hier! Bam! Och, Mann! Toll, jetzt flüchtet der oder was? Tolle Banane! Mittlerweile weiß ich auch, wie man Techniken anwendet. Sturm zum Beispiel. Einfach A gedrückt halten. Ich hab in den schlauen Büchlein, was beim Spiel beilag, nachgelesen. So, was passiert denn jetzt hier? Da ist ne Kanone. Dann, keinein, warst du? Zehra, oder? Hear me, and you'll know this. The Uxider's power will eventually be mine. I suggest you steal yourself for what lies ahead. Ach du Schande. Nein! Auf jeden Fall ist Calista jetzt wieder bei uns. Und unsere anderen Teammitglieder? Die sind noch im Schloss, ne? Ich bin ja echt gespannt, wie das alles hier ausgehen soll. Kapitel 11. Gurek Schlachtschiff. Ja, ja. Oh nein. Das finde ich auch super. Und wie setze ich das ein? Ah, Tutorial. Natürlich. Kommando-Modus. Drücke nach oben, wenn die Technikleiste oben links im Bildschirm voll ist, um den Kommando-Modus zu starten. Wenn du auf diese Weise Mitstreitern Befehle erteilst, leert sich die Leiste. Sie füllt sich jedoch eigenständig langsam wieder auf. Und nur zum Tipp. Wenn du im Kommando-Modus Magie anweist, beträgt die Konzentrationsphase nur drei Sekunden. In Folge verwendet der Mitstreiter weiter die ihm angewiesene Magie. Und das sieht dann so aus. So, dann drückt man hier. Aha. 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 Okay. Das ist ja super. Klasse. Machen wir weiter. Speichern ist eine gute Idee. Obwohl ich gerade erst angefangen habe. Aber naja. Speichern ist immer gut. So. Haben wir denn hier noch irgendwas Schönes? Hinunter. Ja, dann kommt man mit. Ah, okay. Mhm. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? So, hier hoch sollte ich, glaube ich, nicht. Oh, WTF. Okay. Ich kletter einfach mal hier lang. Mhm. Ach, nicht hoch. Da sind doch die ganzen Affenärsche. Ja, vielleicht ist doch hier... Oh, eine Kiste. Ja, da war es doch gut. Was haben wir hier? Schwerer Beinschutz plus eins. Ja, jetzt darf ich wieder zurückgurken. Okay. Spielfortschritt wurde gespeichert. Ah, ich muss nur hier hin, oder wie? Okay. Okay. Das ist meine Chance. Okay. Dann... Ausfall. Nein, Deckung. Wie war das nochmal mit dem Ausfall? So. Genau. Ah, noch einer. Danke. Nee. Was ist mit dir? Ja. So, gehe ich jetzt weiter, oder... Ich gehe mal weiter. Ich wollte weitergehen. Okay, dann holen wir die anderen zwei. Die können den jungen Mann hier vorne dann auch verarzten. Ich muss doch hier wieder runterkommen, oder? Oder kann ich jetzt hier lang? Ich muss die beiden holen. Aber... Wie? Na, komm schon rüber. Nee, dann geh da nicht rüber. Nee. Okay. Dann eben nicht. Wie dann? Hier lang. Ja. Achso. So geht's natürlich auch. Ah, sind unsere Kameraden doch hier? Das wäre schön. Und Saren? Und Lowell müsste doch... Och, wieso nur die beiden? Ach, wir werden es ja sehen. So, wir machen einfach weiter. Ganz ruhig, alles wird gut. Ja, weiter. Ich kann deine Sachen aufrüsten. Sag einfach Bescheid. Nee, brauchen wir im Moment wohl nicht. Aber ich könnte mal... Gucken, wie wir... die Kalister ausrüsten können. Ja, die beiden sind ja gerade eh nicht dabei. Also kriegt sie erstmal den durch. Eine zweite Waffe kann sie auch nicht benutzen. Okay. Haben wir hier was Schönes. Schwere Rüstung plus eins. Das hat aber auch hier der andere an. Kalisters Ballkleid. Nee. Wie sieht's aus mit dem Beinschutz? Das sieht gut aus. Gut. Dann wollen wir mal weiter. Mal wieder. Da, der da. Muhahaha. Dann auf ihn! Ah, er ist runtergefallen.